Hallo Freunde, ich grüße euch. Heute und in den nächsten Tagen soll es mal wieder vermehrt um die Frauen gehen. Denn ihr seht es hier, das Women Grand Prix in München hat stattgefunden. Das ist ein Turnier, das besteht aus vier Turnieren sozusagen, eine Serie. Und innerhalb dieser Serie wird dann entschieden, wer der Herausforderer der amtierenden Weltmeisterin wird. Wir sehen hier die Weltmeisterin Zhu Wenjun. Aussprache darf jeder machen, wie er will. Und jetzt dieses Grand Prix, diese Serie, was bedeutet das? Wir schauen uns das mal an. Wir haben zwölf Teilnehmer, eigentlich 13, weil eine beim ersten Turnier krank wurde und eingesprungen ist, eine andere eingesprungen ist. Aber wir sehen hier oben, Astana, München, India und Bidjot sind vier Turniere, wo im Grunde immer zwölf dieser 16 Spieler teilnehmen. Und dann die zwölf jeder gegen jeden spielen. Ihr seht hier auch, zum Beispiel bei der ersten, Katharina Lagno, die hat in Astana das Turnier gewonnen, dafür 160 Punkte bekommen. In München ist ausgegraut, sprich da spielt sie nicht mit und die anderen beiden spielt sie wieder mit. Und jetzt geht es im Grunde darum, dass jeder spielt drei Turniere mit, wie wir hier sehen. Und am Ende werden die Punkte addiert. Und wer die meisten Punkte hat, wird Herausforderer von Zhu Wenjun. Das ist das ganz einfache Prinzip. Und wir sehen hier in Astana, war schon im September 2022 die erste Runde, da hier Elisabeth Petz als deutsche Vertreterin, nicht ganz so optimal gelaufen. Wahrscheinlich hatte sie noch so ein bisschen den Kopf voll wegen dem Großmeister-TL-Stress und wenig Spielpraxis. Und als zweites war noch die Nara Wagner auch dabei. Etwas besser abgeschnitten, aber auch nicht ganz erfolgreich. Aber man muss aber auch sagen, die Spieler hier sind alles die Besten der Besten. Und sich mit denen zu messen und da vielleicht auch besser zu werden und von zu lernen, das ist eine gute Sache. Und da wollen wir uns jetzt Partien zu anschauen. Und damit fangen wir an aus Runde 1, nämlich die Partie Cagni Zanana gegen Abdu Malik Czanchaya. Und es kam hier eine sizilianische Eröffnung vor. Das ist natürlich nicht so meine Welt, aber es kam ein spannender strategischer Moment. Und deswegen habe ich diese Partie ausgewählt. Und damit würde ich sagen, lass uns loslegen. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du wieder dabei bist. So, wir folgen der Partie aus schwarzer Sicht, ja, aus Cagni Zanana Sicht. Ihr seht die Zahlen 2,5, ja. Männer, Großmeister-TL und, ja, Bernstark. Wir schauen mal. Es kam ein sizilianisch aufs Brett, okay, mit G6. Aber wie gesagt, Theorie ist jetzt hier nicht ganz entscheidend. Also für mich jetzt zumindest nicht, ja. A6, das weiß ich, das nennt sich die Naidorf-Variante. Mit der Idee, vielleicht mal früh B5 zu spielen und so weiter. Hier gibt es natürlich Berge von Theorie, ja. Deswegen, das überlasse ich dann den Großmeistern, sich da was rauszusuchen. Es kam dieses, naja, ich will mal altklassische Läufer G5 nennen und nach E6. Jetzt gibt es diese berühmten Dame B6, Dame B2, Bauern-Raub-Varianten, die quasi so anfangen, ja. Aber selbst da bin ich von der Theorie nicht nicht bewandert. Deswegen bin ich ganz froh, dass das nicht aufs Brett kam. F4 setzt das Zentrum. Der Läufer wird einmal befragt und geht zurück. Und Sprenger B7, damit die Sprenger sich decken. Auch das Feld E5 einmal mit kontrolliert ist. Das ist alles wunderbar. Dame F3 bereitet die lange Rohade vor, ja. Und die Dame kann natürlich hier in irgendeiner Form aktiv mitwirken. Okay. Und der Zug E5 ist natürlich jetzt, jetzt wird es natürlich schon langsam strategisch spannend. Denn so ein Zug wie E5 greift natürlich den Springer an. Aber man muss natürlich auch vorsichtig langfristig hier von diesem Feld D5, das könnte ein schwaches Feld werden. Also irgendwas muss man sich da natürlich als Schwarzer auch bedenken. In der Partie, aber ist alles noch Theorie, ja. In der Partie folgt der F mal E. Das ist eine theoretische Ungenauigkeit. Wollen wir jetzt nicht zu extrem darauf eingehen. Der Springer schlecht zurück, greift die Dame an. Die Dame muss zurückziehen. Und wir können unseren Läufer entwickeln, den Springer entfesseln. Und hier, ja, bereits ein zweiter interessanter Moment. Denn, ja, wie gesagt, dieses Feld D5, ja. Und natürlich dann damit verbunden, diese Schwäche des Bauern D6. Schwarz hat sich natürlich schon sehr festgelegt von der Bauernstruktur. Andererseits hat er natürlich auch die weiße Bauernstruktur festgelegt. Ja, E4 ist ja auch ein Isolani. Und der Springer E5 steht natürlich bärend stark. Kann seinerseits nicht mehr vertrieben werden. Also ihr seht, es entsteht so ein dynamisches Ungleichgewicht. Oder Gleichgewicht vielmehr. Aber, ja, eben mit diesen Schwächen. Okay. Es kam die lange Hochhade. Was ich mich hier zuerst gefragt hatte, war, warum schlägt Weiß jetzt hier nicht auf F6? Und macht mal direkt den Springer hier rein. Das sieht doch gut aus. Und da ist der Springer unvertreibbar. Ja, grundsätzlich stimmt das auch. Aber hier in dem Fall würde wahrscheinlich Läufer G4 folgen. Und wir sehen, der Schwarze verhindert mit seinem Läufer die weiße Hochhade. Das ist etwas, das wollen wir nicht als Weißer. Zumal wir mit Schwarz hier auch noch eine relativ schnelle Entwicklung hinterhergeschieben können. Ja, und dann stehen die weißen Figuren vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Und deswegen spart sich Weiß das hier auf mit dem Schlagen, ja. Macht sofort die lange Hochhade. Okay. Läufer G4 mit Tempo entwickelt. Wir sehen den Spieß in diese beiden Schwerfiguren. Deswegen muss der Weiße hier Springer F3 zurückziehen. Auch das hat es schon öfter gegeben. Turm C8. Ein normaler Zug. Türme gehören im Sitzelianer auf diese halb auf eine C-Linie. Und Weiß spielt H3. Greift den Läufer an. Der kann natürlich zurückziehen. Aber er kann hier eben auch schlagen. Und dann ist dieser Zug G mal F erzwungen. Und wir haben eine interessante Stellung. Und das ist die Stellung, die mich von der Partie mehr oder weniger jetzt gehuckt hat. Das Einzige, was ich natürlich über Sitzelianisch weiß, ist, es gibt ein berühmtes Qualitätsopfer auf C3. Quasi das analoge Qualitätsopfer zum Franzosen auf F3. Und das wäre hier der Zug zum Schlecht C3. Und der wurde auch gespielt. Jetzt müssen wir überlegen, warum gibt Schwarz hier eine Qualität ab? Und augenfällig ist natürlich die schlechte Bauernstruktur um den Weißen König herum. Der König ist unsicher. Und jetzt können wir wieder unsere eigene Tabelle hier dazunehmen. Dass Königssicherheit immer das A und O, dass das oberste Prioritätenziel ist von jedem Spieler, sollte es sein. Dann Figurenaktivität und dann erst das Material. Material hat Weiß natürlich definitiv einen Vorteil durch diese Qualität. Aber Königssicherheit ist, der König ist ja jetzt hier auf C1 sehr, sehr offen. Gerade, dass die Dame hier hinkommt und sofort vielleicht noch ein, zwei Bauern abgrast. Und dann gehen noch mehr Linien auf, dass der König eben noch unsicherer steht. Jetzt würde man sagen, dieses Qualitätsopfer, oder das habe ich auch schon mal gesehen, wenn Schwarz dafür vielleicht auf E4 noch einen Zentralbauern bekommt, dann hat man materiell nicht ganz so viel Nachteil. Aber das ist ja hier nicht gegeben, weil der F3 den E4 deckt. Und das zweite ist, wenn wir wieder auf unsere Stellungsbewertungstabelle gucken hier, die schwarzen Figuren, so richtig, habe ich auf den ersten Blick zumindest jetzt auch noch nicht gesehen, wie die zum König kommen. Weil der Springer kann nicht nach C4 gehen, weil die Dame und der Läufer draufsteht. Und wie kommt der Springer hier irgendwie Richtung König, habe ich auch nicht so richtig gesehen. Also das macht die Sache theoretisch natürlich interessant hier mit diesem Qualitätsopfer. Aber in der Praxis, nur die Dame alleine erscheint ein bisschen wenig. Und deswegen fand ich es umso bemerkenswerter und erstaunlicher, mit welch verhältnismäßig leichten Millen es Schwarz geschafft hat, die Figuren darüber zu schieben und die Figurenaktivität zu erhöhen. Und damit eben auch die Königssicherheit zu verringern hier von Schwarz, äh von Weiß. Okay, die erste Frage, die ich mich natürlich hier stelle, ist, was ist bei König B2, ja, um hier so Einbruchsfelder zu decken. Und dann sehen wir schon das erste schöne Motiv in dieser Stellung, dass Schwarz nämlich den Zug D6, D5 hat, um diesen Läufer E7 freizumachen. Und jetzt drohen schon diverse Matts, ja, wenn Weiß jetzt hier auf D5 nehme. Läufer A3, Schach, geht der König hier zurück, hätten wir hier auf C3 einen Matten im nächsten, geht der König nach B1, hätten wir hier auf B6, Schach mit dem Matten im nächsten auf B2. Weiß, wie die Dame geben, ne. Und wenn der König nach vorne kommt, dann haben wir Springer F6 nach D7. Und jetzt decken wir zum einen unseren Springer E5, der hier nicht mit Schach hängt, und zum zweiten möchte der Springer jetzt nach C5 kommen, seinerseits Schach und Matten geben, weil der König ja auch noch nicht nach C4 kann, weil der Springer noch da steht. Also ihr seht, schon sehr, sehr spannend, und nach Läufer F2, was das Feld kontrolliert, auch hier einfach weg, Rom mit Turm C8, und dann habe ich tatsächlich alle schwarzen Figuren in der Nähe des Königs. Und der König steht hier sehr, sehr offen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also König B2 geht nicht, deswegen hat Weiß hier auch Dame E3 gespielt, um diesen Bauern C3 zu decken. Okay, dafür nimmt Schwarz den A2. Jetzt sehen wir natürlich einen Bauer für die Qualität, materiell schon mal etwas angenehmer für Schwarz. Ganz, 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 ganz langfristig ist natürlich ein Freibauer auf der A-Linie entstanden. Aber die Königssicherheit, das ist natürlich das A und O, ja, der König findet nicht so richtig ein sicheres Plätzchen. Bleibt die Frage, was macht Weiß eigentlich? Der König steht auch noch in der Mitte, und dann sagt der sich Weiß, ja, komm mal, dann aktiviere ich meine Figuren auch mal und greife hier den G7 zum Beispiel an. Okay, jetzt muss man ja mit Schwarz überlegen, oder eine praktische Entscheidung treffen, ne? Ich könnte den Springer dazwischen ziehen. Das würde den Springer aber natürlich so ein bisschen vom Königsflügel entfernen. Den würde ich ja auch schon gerne irgendwo, irgendwo hier nochmal einsetzen. Auf F3, C4, irgendwo. Ich könnte natürlich auch Rochade machen, aber dann muss ich den Zug Dame H6 berechnen, denn der G-Bauer ist dann gefesselt, ja? Und dann sehen wir auf einmal, oh, 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 das wird gefährlich. Und trotzdem hat Schwarz hier die Kurzrochade gemacht. Und toll. Da musste Schwarz aber sehr, sehr gut und sehr genau rechnen. Und in der Partie kam Turm D4. Okay, wir gucken mal, was passiert auf Dame H6? Nun, jetzt zeugt ein Schach auf A1. Das ist eine sehr, Gott sei Dank aus schwarzer Sicht, eine sehr forcierte Abwicklung, denn der König muss nach D2. Jetzt können wir auf F3 ein Schach geben und mit dieser Gabel auf den Turm hier angreifen. Okay, wo geht der König hin? Geht der nach D2, hängt der Turm auf G1 mit Schach. Das ist gut. Und dann hängt die Dame. Geht der König auf D3, ist der Springer gar nicht angegriffen. Sonst schlägt er einfach auf G1. Dann hängt die Dame wieder und weiß hat nichts. Also geht der König nach E3, aber dann kann ich damit C3 noch extra Schach spielen, weil meine Dame war ja auch angegriffen. Und jetzt Turm D3 und jetzt kommt eben der Trick oder das Gemeine. Es geht damit C5 und dann sehen wir, dass auf dieser Diagonale der Turm auf G1 doch noch hängt. Nach dem Schlagen, Schlagen und jetzt hängt die Dame wieder. Die Dame müsste wegziehen. Weiß hat einfach keinen Angriff mehr, hat zwei Bauern weniger, der König steht auch noch offen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Und das war die Rätsel-Lösung, warum Weiß hier nicht Dame H6 gespielt hat. Aber das ist schon eine gute Rechenleistung. Und die Traute muss man natürlich auch erst mal haben. Okay, es kam Turm D4, um so den Springer von C4 wegzuhalten. Macht auch Sinn. Schwarz, Turm C8. Ist jetzt auf den C3 drauf. Eine nächste Figur kommt ins Spiel. Das macht auch Sinn. Den habe ich auch verstanden. Und der König rennt raus, deckt diesen Bauern, verhindert hier irgendwelche Schachs schon mal präventiv. Und Dame A3 hält diesen C3 jetzt hier beim Auge, damit die Dame eben nicht auf H6 schlagen kann. Ob jetzt König D2 oder jetzt Dame H6, wäre immer quasi an den gleichen Motiven gescheitert wie eben. Dass hier diese Schachs kommen und der Turm hängt. Okay, aber jetzt ja, müssen wir mal gucken. Also Dame H6 droht ja immer noch nicht. Was mache ich denn mit Weiß? Und in all diesen Varianten ging ja immer Springer F3 mit Schach, mit dieser Gabel. Und deswegen dachte sich Weiß, ich entwickle eine Figur, decke diesen Bauern und jetzt droht aber Dame H6. Und bleibt die Frage, droht das wirklich? Schwarz spielt B7, B5. Das finde ich einen sehr menschlichen Zug. Und ja, das fällt wie C4 nochmal freikämpfen, vielleicht für den Springer oder für den Turm, wie auch immer. Man hat zusätzlich noch die Möglichkeit, irgendwann mal B5, B4 zu spielen, diesen C3 anzuschwächen. Sieht alles sehr, sehr menschlich aus. Trotzdem ist das ein ungenauer, denn Schwarz hätte hier einen besseren gehabt. Aber das ist natürlich tatsächlich auch eine sehr lange und eine Computerline. Und das alles immer zu berechnen, ja, da muss man sich auch nicht zwingend draufstürzen. Deswegen fand ich diesen Zug B5, also ich persönlich, jetzt gar nicht schlecht, weil es ein menschlicher Zug ist, der die Komplikationen möglichst zurückfährt. Aber der Zugspringer FG4 würde ja die Dame angreifen und der H4 ist umgedeckt. Aber wenn Weiß den schlägt, schlage ich den, dann habe ich hier immer noch Optionen. Oder auf F4-Geschichten. So, diesen Zug, Läufer F2. Und ich nehme mal an, dass Schwarz diesen Zug vielleicht nicht gesehen hat in der Vorausberechnung. Denn jetzt hier der Megaspieß, ja, gegen alles, was an Schwerfiguren, was es so gibt, aufgespießt. Und wenn die Dame schlägt, Dame C3, Dame A1. Und Springer F3, das ist natürlich ein Zug, den kann man wahrscheinlich in der Vorausberechnung, sehen nur die aller, aller, allerbesten, den Zug, Springer F3, ja, Bombenzug, Megagabel. Denn, ähm, Weiß hat ein Problem. Ähm, die Dame kann nicht schlagen. Weil dann der Turm auf D4 ungedeckt wäre. Okay, aber was ist mit dem Läufer? Und dann kommt der Hammerzug, Turm C2. Wir sehen schon, in den Spiels, die zweite Reihe geht auf. Und jetzt nach Dame A2 ist eben nichts mehr im Wege, sodass der, äh, Weiße, die Dame verliert. Aber jetzt könnte man ja sagen, oh, Weiß hat zwei Türme und Läufer für die Dame. Das ist doch gut. Wäre gut, wenn nicht die Konstellation so unglücklich wäre, dass der Turm und der Läufer gleichzeitig hinge und, ja, die sich einfach auch nicht mehr decken können, ja. Und hier eine der Figuren droht ja wieder mit Schach geschlagen zu werden und dann fallen die nächsten Bauern und dann hat Schwarz eben ganz viele Freibauern. Und das wäre der Grund gewesen, warum Springer G4 hier gut gewesen wäre. Aber zugegeben, ja, wer will das berechnen? So viel Zeit hat man ja, glaube ich, auch nicht. Deswegen finde ich B5 von der Engine als Fragezeichen, aber aus menschlicher Sicht ein guter Zug. Ähm, F4 reift den Springer an. Er geht nach G6. Ja, wo soll er sonst? Ja, wenn er nach C4 ginge, dann würde Weiß mit Freuden diesen Springer raustauschen. Warum? Ähm, weil Schwarz jetzt eine Entscheidung treffen muss. Entweder tauscht er einen Turm, was zum Turmtausch führt und Schwarz braucht ja, er hat ja Material geopfert, er braucht ja viel Material noch oder, ja, um die Figurenaktivität aufrecht zu halten. Und das ist natürlich nicht gut. Ähm, schlägt er, schlägt er hier sofort, mit dem Bauern, ist die C-Linie aber verstellt, sprich der C3 nicht mehr angegriffen. Und dann kann Weiß hier die Initiative übernehmen, ja, und, äh, hier alles Mögliche drohen. Und dann, äh, ja, steht Weiß auf einmal ganz klar besser. Mit einem Schlag. Deswegen Springer C4 auch nicht möglich. Der geht nach G6 zurück. Okay. Der Laufer hängt, der geht nach G3, unterstützt vielleicht mal E4, E5. Ähm, aber jetzt D6, und das sind so Züge, ja. Wow. Dann denkt man sich, wie geht's jetzt hier weiter? Und dann packen die, die guten Spieler so einen Zug wie D6, D5 aus. Die erste Idee ist, diesen Läufer jetzt mal mitspielen zu lassen, ne, Richtung C5. Und jetzt, wo hier drei Schwerfiguren auf der Diagonale sind, da können wir wunderbar rumspießen. Ähm, in der Partie folgte eh mal D. Natürlich nicht E5, weil dann hätte der Springer hier auch noch dieses wunderbare zentrale Feld, ja, mit Schach. Und dann würde der hier fallen und, ach Gott, Gott, so einen Springer auf E4 kann man, glaube ich, auch nicht stehen lassen, ne. Ähm, und dann würde es ungefähr vielleicht so stehen, ja, dann würde aber der C3 hängen. Ah, ja, ja, dann kann ich diesen E4 nicht nehmen. Der Läufer kann hier trotzdem immer noch spießen. Dann ist der König einfach, weiß, äh, schwarz hat sein Material zurück, weiß, ja, hat nur noch einen schlechten König über, ja, so als, als, äh, Lohn quasi, ja. Das ist natürlich nicht spielbar und nicht schön. Deswegen können wir, können wir den E4, E5 knicken. Den Bauern müssen wir nehmen. Und wer weiß, ja, vielleicht ist dieser Bauer ja auch mal hier ein Freibauer. Wir schauen mal. Schwarz fängt an, diesen Spieß aufzubauen. Das ist ein natürlicher Zug. Weiß spielt Läufer F3, deckt diesen D5 erstmal und, äh, schwarz spielt B4. Das ist auch wieder ein sehr schöner Zug, um den, äh, B4 anzuweichen, ja, um dieses ganze Gerüst hier rum, drunter rum, auf den schwarzen Feldern noch weiter zu schwächen. Denn wenn weiß hier nähme, würde der Läufer schlagen und jetzt haben wir das Problem, dass der König, der muss ja an der Dame dranbleiben. Und steht auch gleichzeitig im Schach. Und auf König E2 folgt eben Turm C2 mit Schach und dann kann die Dame nicht mehr gedeckt bleiben. Und Turm D2 geht ja auch nicht, weil der Läufer noch drauf ist. Hm, das, äh, wollen wir schon mal alles nicht. Deswegen ist C schlägt B4 für weiß keine Option. Also versuchen wir Läufer F2, um mindestens diese Diagonale so ein bisschen zu schließen. Okay. Schwarz nimmt erstmal den ersten Turm mit. Dame schlägt D4 und Turm schlägt C3. Auch das sieht sehr, sehr natürlich aus. Ja, die Ziellinie bleibt offen, damit man den C2 angreifen kann, damit man den F3 hier mit Tempo angreift. Sieht alles sehr, sehr natürlich aus. Ähm, die Engine hat natürlich keine Probleme. Die kann jetzt von hier aus irgendwie in 15, 20 Zügen voraussehen und vorausberechnen, ja, und deswegen sagen, dass der hier dann eventuell doch besser ist. Aber das sind also Engine Lines, die will ich gar nicht zeigen, weil ich als Mensch möchte die Partie ja verstehen. Und Turm C3 kann ich verstehen aus den genannten Gründen. Okay. Der Läufer rettet sich, okay. Schwarz schlägt diesen Läufer, schlägt, schlägt und jetzt Turm F3 und Doppelangriff gegen den F2 und gegen den F4. Und dann sehen wir wieder, warum dieser Turm hier, warum der da geschlagen hat. Und jetzt sehen wir natürlich, rein materiell hat Schwarz jetzt bereits einen Bauernmeer. Ja, also hat seine Qualität zurückbekommen, hat schon einen Bauernmeer und hat so aktive Figuren in Verbindung mit diesem schlechten König, das sehr, sehr erfolgsversprechend ist. Die einzige Chance für Weiß ist im Grunde ähm, dieser Freibauer auf D6. Ja, ob der hier vielleicht mal irgendwas machen kann? Gucken wir mal schauen. Zunächst einmal Läufer E3. Rettet den Läufer, deckt den Bauern auf F4. Und, ähm, ja, Schwarz gibt hier einen Schach. König geht nach E2 und wir schlagen auf H3. So, jetzt haben wir schon einen zweiten Bauernmeer, aber Weiß könnte jetzt überlegen, oh, dieser D-Bauer, ja, wir wissen ja alle, Qualität ist mehr wert als Quantität, was so Bauern in Endspielen angeht. Äh, also macht sich dieser Bauer hier auf den Weg. Und, ja, jetzt müssen wir erstmal überlegen, was machen wir hier mit Schwarz? Kann man Schach geben, okay, der König geht nach F3. Und, ähm, jetzt sehen wir, ja, eine Kleinigkeit. Beide waren mittlerweile doch schon so ein bisschen in Zeitnot. Ja, der Weiße hat noch eine Minute und Schwarz hat noch drei Minuten für sieben Züge. Und das in einer solchen komplizierten Stellung, das ist bestimmt nicht einfach. Und dass man da auch mal fehlgreift, ist menschlich und nachvollziehbar, deswegen möchte ich hier kein, kein, vernichtendes Urteil fällen, ja, ich wäre schon froh, wenn ich so weit gekommen wäre. Ähm, hier sehen wir, dass aber jetzt zum Beispiel so ein Zug wie Dame C8, was D7 kontrolliert und gleichzeitig Dame H3 droht, ein guter Zug gewesen wäre. Schwarz spielt Springer H4 und, ne, dieser eine Zug, der, wo ist er, der vergibt den ganzen Vorteil und das ist natürlich, ähm, etwas sehr Forciertes. Ja, die ganze Line, die jetzt folgt, ist im Grunde forciert, das ist das Problem. Und, äh, die, die hätte, jetzt hätte Weiß sich tatsächlich retten können. Ähm, deswegen wäre damit C8 besser gewesen. Aber, wie gesagt, auch das ist als, als Mensch in Zeitnot und überhaupt super, super schwierig zu sehen. Der König ging richtigerweise nach G3, greift den Turm und den Springer an, der Turm zieht weg, jetzt hängt der E3 und der ist gefesselt, der kann sich nicht retten, es sei denn, ich schlage hier auf H4. und das war der entscheidende Fehler. Wenn Weiß jetzt hier erst dieses Zwischenschach hier geben hätte und dann auf H4 geschlagen hätte, dann gäbe es einen Unterschied, nämlich, dass nach Turm schlägt E3, was ja die Dame angreift und Dame und hier Turm H3 mit, mit scheinbar, mit irgendwie Angriff und, und, ja, ähm, droht, dann hätte Weiß hier Dame F7 gehabt und die Gegendrohung gegen den G7 in Verbindung mit Turm und selber Matt drohen, hätte immer dafür gesorgt, dass die Dame hier so ein bisschen aufpassen muss, natürlich, und selber nicht sich auf zu weite Abwege begeben darf, ja, und, und irgendwie selber Schach geben und ganz, ganz spannend, ähm, so Züge wie Turm H3 Schach und Dame F3, ja, führen sogar zu weißem Vorteil, weil der König sich hier oben auf D7 verstecken kann, ja, wir haben immer noch diese Matt drohen und dann haben wir auch noch diesen Bauern auf D6 und dann sehen wir wieder Qualität ist höher als Quantität, ja, während diese Bauern hier noch und noch zwei, drei, vier, sechs Züge brauchen, ist der nur noch zwei entfernt, uh, auf einmal steht Weiß auf, äh, besser, ja, deswegen, das ist alles so brutal, aber auch schwer zu sehen und, äh, deswegen würde ich hier auch dem Weißen keinen Vorwurf machen, auch wenn es natürlich für sie ärgerlich ist. Es kam Turmschlägt E3, ja, und jetzt kann ich halt dieses Schach auf E8 nicht mehr geben, kann zwar hier auf nach F5 gehen oder ich kann auf A8 einen Schach geben, aber ich kriege diesen F7 nicht und damit kriege ich diese Mattdrohung auf G7 nicht und das ist der Kasus Knaxus, ja, ähm, und deswegen, ja, nach Dame F5, ja, ist H3 abgewert, aber der König steht natürlich hier so am Rand, ja, und abgeschnitten, äh, von zwei Schwerfiguren belagert, gibt es sicherlich immer wieder neue Ideen und Tricks, wie man, wie man, äh, seine Figuren verbessern kann und die H-Linie zu beschützen mit Turm H1, das will Weiß jetzt auch nicht unbedingt, weil dann die letzte Chance auf irgendwie einen Gegenangriff hier auch noch verpufft ist. Ähm, deswegen ging der König direkt nach G4, ja, damit hier auf H2 kein Schach ist und auf der G-Linie bin ich ja noch immerhin geschützt, okay, aber es folgte G6 mit Angriff auf die Dame, die muss wegziehen, geht nach D5. Ähm, ja, und auch hier, ja, wir sehen erstmal, Schwarz hat ja vermeintlich keine Schachs und G2 nicht und auf F3 nicht und die Dame steht hinter dem Freibauern und wenn der sich jetzt in Bewegung setzt, auch so heimlich diesen diesen bauern gefesselt so dass schwarz vielleicht mal hoffen was weiß vielleicht mal hoffen wollte mit dem könig zur seite zu gehen und dann mit dem turm hier irgendwie angriff zu starten wegen dieser fesselung aber dass das alles nur nur fantasien da wird man keine zeit für haben und nach damit die fünf ja wir sehen diese fbauer ist gefesselt muss die dame weg und jetzt ist diese fbauer eben nicht mehr gefesselt und was kann mit f7 r51 schach geben ja und weiß kann nur noch die dame opfern ja wenn der könig dann nach h4 geht kommt turm h2 schachmatt die partie ist zu ende also ein spannender kampf nicht fehlerfrei aber das macht ja nichts das macht die sache ja so spannend und gerade dieses dieses qualitätsopfer auf c3 ja wieder einmal dieses typische qualitätsopfer dass den den offenen könig hier also ich zeig es noch mal wo haben wir sie die stellung hier ja dass dieses qualitätsopfer einfach diesen diesen langfristigen ich will es mal ich will zwar praktischen vorteil nennt dass der könig einfach rund um die uhr kommt von jetzt bis bis zum ende der partie immer unsicher ist der engine mag das alles ausrechnen können aber wir sind ja menschen und wir haben noch gefühle zeitnot und vielleicht falsche varianten berechnen und so weiter deswegen ist dieses qualitätsopfer sicherlich immer aus praktischer sicht ein ein sehr sehr probates mittel ja freunde dann mit haben wir die partie beendet wir schauen uns mal eben die ergebnisse der ersten runde an so und wir sehen hier ja elisabeth petz hat gegen die anna wagner das deutsch deutsche duell gewonnen war eine sehr spannende partie da wo da ging die eröffnung von dinara wagner etwas schief elisabeth petz hat nämlich dieses gambit dieses ultrascharfe gambit gegen suzlianisch gespielt was ich zwei tage vorher ein video zugemacht hatte ich verlinke das hier noch mal eben dass das war sehr witzig und ansonsten genau alexander kostenjuck gewonnen die ne zu gewonnen verloren ging kann zong yui oh gott die namen ja alles chinesen ihr seht selber das schwestern-duell der musichuks remi und dronavalli gegen hampri auch remi gut tabelle wäre jetzt hier war sie so nach der ersten runde natürlich noch keinerlei aussagekraft deswegen warten wir mal die dinge ab warten wir auf runde 2 und guter start für elise petz und aber auch für nana czak nietze also in dem sinne freuen wir uns auf die nächste runde bis morgen und wer noch mehr zu diesem thema wissen will der schaut sich gerne links dieses video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem kanal um vielen dank fürs reinschauen und bis zum nächsten mal